Könnt ihr es fassen? Leute, ich sitze hier mit der Queen Herself. Yeah! Wir gucken heute Blätschel Rallet 8 und ich hab mir gedacht, ihr habt ja so sehr geschrien. Wusste, Martin? Ich will wissen, was er jetzt langsam davon hält von Stella. Mich würde seine Meinung interessieren. Ich hab was. Ich hab mir eine Meinung gebildet. Sehr gut. Ich weiß bloß nicht, ob die jetzt hier am Anfang Platz finden sollte oder zwischendurch besser aus der Situation heraus sich ergibt. Also ich bin dort zu einer Erkenntnis gekommen, zu einer kleinen. Und ich hab auch die Staffel verfolgt, sage grundlegend erstmal dazu, gut gelöst. Alles. All in all. Ich finde, alles gut gelöst. Manchmal denke ich, okay, es hätte jetzt nicht die Klamotte sein müssen, mit der du letzte Woche das Beet umgegraben hast, aber es funktioniert. Ich finde, es geht auf. Es wäre sogar RTL-fähig gewesen. Möchtest du den Punkt jetzt hören, meine Erkenntnis? Ach so, ich wusste jetzt nicht, ob... Sie ist nicht so Ewigkeiten lang. Na gern. Das Glück ist, also wir haben ja wirklich viel über Stella... Ich bin eigentlich jetzt hergezogen, oder uns... ...unser Maul darüber zerrissen, dass sie in der Position zwar die richtige ist mit ihrer Sexualität, ihrer Ausrichtung und eigentlich ja auch okay ist inhaltlich, aber es halt vom Vibe irgendwie nicht funktioniert. Ja. Also, dass wir die Entscheidung nicht gut finden. Und das einzige Glück ist, warum das jetzt sieben Folgen schon funktioniert hat, die achte, habe ich ja noch nicht gesehen, die werde ich jetzt sehen, ist, dass die Kandidaten die Staffel tragen. Stella hat nichts mit dieser Staffel zu tun. Das stimmt ja ein bisschen. Das stimmt ja ein bisschen. Also, die Kandidaten, die Männer und Frauen bringen die Dynamik rein. Und es ist nicht, dass es um sie als Person geht. Man sieht nicht, wie sie sich zurecht macht, sie wird nicht begleitet. Das ist kurz mal, ach, so schwer die Entscheidung. Und es ist, ja, es ist schwer, aber mehr hast du nicht... Also, mehr hast du nicht zu erzählen, okay. Alter, ja. Ich will mal Kommentare lesen, ob ihr das genauso seht, weil bei mir kickt's irgendwie. Ich check's voll, weil ich bin auch so, ja, richtig mehr über sie weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, tragende Charaktere in der Staffel sind Martin, Leila, also eigentlich tendenziell alle Frauen. Dann ist noch ein Jan relativ wichtig, ein Devin ist jetzt zum Schluss ein bisschen untergegangen, aber der trägt das auch. Und Ferry ist auch noch irgendwie dabei. Und dann ist die Frage, wann kommt irgendwann Stella, also... Hm, verstehe ich. Um welches Liebesglück buht man? Eigentlich bin ich grad eher größerer Fan davon, dass sich das da aus Ferry und... Emma. Emma was wird? Glaube ich zwar nicht, weil er hat Bock auf sie, aber sie nur auf ihn, sie gibt ihm halt einfach nur fett keinen Korb. Und... Ja, verstehe ich. Man lebt auch eigentlich eher dafür, dass jetzt Martin nochmal einen beschissenen Kommentar macht über die Frauen, die da drin sind. Das stimmt. Also es ist alles, der spiegelt ja auch zwar null mit der Optik, null mit seinem Auftreten, aber inhaltlich spiegelt er ja die Gesellschaft einfach nur wieder. Und es ist okay, dass er dabei ist und auch die Teile vertritt. Wäre das nicht passiert, fände ich es jetzt nicht so realistisch. Ähm, bei dem was man dazu guckt, weil manche Leute sind halt, also die lassen dann auch den... Also die schlucken mehr, als sie eigentlich sagen wollen. Ja. Und dann lass es doch raus, lass doch den Unmut raus. Sag doch, die Frauen sind hier im Vorteil, weil es weniger sind und weil es hier um die Quote geht vielleicht. Also wäre ja auch okay, die Auseinandersetzung zu haben. Ja, aber er war schon sehr frech. Und leider ist Martin bei mir wirklich unten durch jetzt. Gar kein Bock drauf. Ist schade. Und Jan leider bei mir auch ein bisschen. Verstehe ich auch. Ach, das will ich gleich nochmal sagen. Leute, letzte Folge war ja Erik auch mit in diesem Ding so ein bisschen mit drin und hat zumindest nicht mit gelästert, aber sich auch nicht dagegen gestellt. Und da habe ich gesagt, ich hätte mir an Eriks Stelle gewünscht, weil es ihm ja seit Folge 1 viel darum ging, dass die Körpergröße nicht so wichtig ist. Und dann hat er uns geschrieben und gesagt, ich gucke das gerade und mir ist es ein Anliegen, euch das nochmal zu erklären. Er hat gesagt, ja, es ist mega scheiße. Er hatte da einen schwachen Moment und wollte damit, also ist halt sonst nicht so, sei naturell, er hätte auf jeden Fall was dagegen sagen sollen. Sag mir doch mal ganz kurz, über welchen Moment wir gerade reden. Wo Martin nach der letzten Folge, nach der letzten Nacht der Rosen gesagt hat, ja, 1,50 kommt hier weiter, ich weiß nicht, was sie mit der will und raucht und hat nicht gerissen in ihrem Leben. Und da hat Erik einfach gesagt, ja, ich weiß gar nicht, worauf sie steht. Ich kann, also den Unmut Martin gegenüber, der ist ja natürlich gerechtfertigt, das ist einfach, also da merkst du, er ist doch wenig Mensch, er ist irgendwie Individuum. Er ist einfach ein sehr extremes Individuum, aber er hat irgendwie nichts Menschliches. Es besteht sich das, was... Allein mit dem Sport und alles, finde ich alles ganz, ganz wild. Und Optik hat ja schon gesagt, er hat... Ja, es ist... Irgendwas ist, irgendwas ist mit ihm. Ja. Wenn da einfach die Haut abgenommen wird und es ist ein Roboter drunter... Würde mich nicht wundern. Nämlich auch nicht. Die anderen Jungs, denke ich persönlich, würde denen jetzt nichts anhängen an dieser Stelle oder kann das nicht nutzen, um sie in... Schlechtes Licht. Schlechteres Licht zu rücken. Ja. Weil ich glaube, die hatten doch eine richtig schwere Zeit mit den Frauen. Nicht, weil dort Frauen sind, sondern weil du tapst immer schnell in Fettnäpfchen. Du hast nicht, du hast, du bist nicht auf Bro Island. Ja. Oder du... Ja. Komm, hier, zeig mal Pümmel, mach mal Schwanzvergleich, so ungefähr. Sondern du bist auf eine andere Sache eingestellt, wirst jetzt damit konfrontiert und dadurch tapst man, glaube ich, so hin und her. Und man traut sich, glaube ich, gar keine Aussage zu treffen, so würde es mir gehen. Ja, finde ich aber auch sinnlos. Also, weiß ich nicht, wenn du dich dann nicht traust, was zu sagen, dann müsste auch schon was im Busch sein. Na, vielleicht weiß man in dem Moment noch gar nicht, was man sagen muss. Man muss erst mal wirken lassen. Vielleicht ist die erste Intention, ja, ihr seid extrem unterschiedlich und... Also, es sind da fette Kontraste dabei. Ja, voll. Aber wir sind jetzt auch schon Folge 8. Da muss man sich jetzt mal vielleicht langsam dran gewöhnt haben, wenn man jetzt noch da bleiben möchte. Und wie ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob sich hier vielleicht nicht nur einer in die Nesseln setzt von denen, den du jetzt nichts anlasten möchtest. Gut, okay, du hast natürlich die Folge schon gesehen. Ich habe die wohl schon gesehen. Das ist jetzt dein Pech, mein Glück. Das ist mein Moment, achso. Sag ich so, nenne ich es jetzt mal, weil ich bin ja noch unbefangen. Das stimmt, unbefleckt. Zusätzlich zu dem Punkt, den ich vorher angebracht habe, dass die Kandidaten die Staffel tragen, ist halt, also deswegen, also und jetzt bezogen auf, dass die dort so solche Äußerungen gebracht haben nach der letzten Nacht der Rosen. Es ist halt auch keine Entscheidung von Stella als nachvollziehbar, finde ich. Weil, dass Max dort nach Hause geschickt wurde, Max und Markus hießen die beiden, die nebeneinander standen. Das ist auch die Frage, warum? Warum schickst du jetzt irgendwie, warum kriegt der jetzt eine Rose und hier nicht? Weil er scheiße langweilig war bei Max. Aber ich weiß schon, was du meinst. Max war irgendwie schon ein bisschen Match, so. Echt? Mehr als mit anderen. Ich fand Max wirklich so, sag ich dich warum. Ich fand, das war irgendwie ein Vibe, das hätte... Echt? Ja, also ist ja auch okay. Jetzt nicht mit ihr, aber also nicht als, dass sie die einzige Frau für ihn ist, dass man sagt, das ist Perfect Match. Du kannst Stella, also dadurch, dass sie alles toll macht und alles schon mal in ihrem Leben gemacht hat und sie ist immer aufgeregt und die Entscheidungen sind wahllos und man hat auch eigentlich das Gefühl, es ist ihr kackegal. Du kannst nicht bei einem Date stehen mit den vier verschiedensten Charakteren, die jetzt gerade, wo wir jetzt gleich wieder einsteigen werden und du freust dich auf jeden. Es gibt schon jemanden, wo man sich auf eine Person mehr oder bist auf eine Person am meisten gespannt. Es ist schwammige Masse und das meine ich, du kannst nicht alles können und wollen und alles als Hobby haben, du kannst nicht alles lieben, darfst du von mir aus, aber lass uns mehr, gib uns mehr Einblick. Werde dich wirklich interessiert. Ja, verstehe ich, weil ich, das weiß ich auch nicht, was, ich weiß auch immer noch nicht, was ihr Typ ist. Ja, und jetzt pausiere und beende ich mal für den Moment meinen Vortrag. Ja. Hab damit aber auch schon alles, alle meine Erkenntnisse jetzt mal mit euch geteilt, die in den letzten sieben Folgen passiert sind. Dass du gesagt hast, dass es jetzt nicht lange gehen wird, ob du mir noch kurz sagen sollst, wie das jetzt dein Empfinden ist. Nee, ich hab's ja nicht nur dir gesagt, ich hab's auch euch gesagt. Stimmt, ihr habt ihn ja auch jetzt in sechs Folgen oder was nicht gesehen. Ihr könnt ja tendenziell den Moment auch mal nutzen, um das mal aufzugreifen, ob ihr das nachvollziehen könnt oder ob ich da auf dem Holzweg bin, kann ja auch sein. Ich hab der ganzen Situation ja nicht 100% eine Chance gegeben, finde aber trotzdem, es ist extrem schaubar. Ja, ich auch. Ich mach's mir sogar fast gerne an, ich mach's mir lieber an als eine Durchschnittsbachelorette. Es stimmt voll, es stimmt voll, weil sie ist, Mann, ich will da jetzt auch nicht so viel rein, aber mir macht's auch Spaß, das zu gucken. Ich hab mich richtig gefreut, das jetzt vorzugucken und so. Und ich hab aber zu ihr am wenigsten Bezug, gut, ne, so ne, naja, Melissa und Maxim waren jetzt auch, wusste man jetzt auch nicht, was es ist, was soll's werden. Aber ne Melissa hat die Staffel getragen, ne Gerda hat die Staffel getragen. Sharon hat eine Staffel getragen. Sowas von. Und die waren auch alle irgendwie nahbarer, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, ob es jetzt an ihr liegt, keine Ahnung. Also wer an dieser Stelle noch gar keine Ahnung hat, über was wir hier gerade sprechen oder wo man das schauen kann, der ist wirklich aus Versehen bei uns gelandet. Und dann kann ich dir sagen, jetzt bist du auf dem richtigen Weg, weil jetzt hast du Pure Entertainment. Yes, unlocked. Die ganzen Folgen gibt's bei RTL Plus, da ist unten drin ein Link. In der Videobeschreibung. Und am besten schmeckt eine Folge RTL Plus und ein Abo auf RTL Plus, wenn man ein Special Bachelorette Cake, ich sag ja immer, zu Tessa, es ist, ähm, das ist erstmal die Frage, ist es real oder ist es Cake? Heute würde ich sagen, real? Nee, Cake! Cake! Oh nein! Nehmt euch ein Stück Kuchen! Alter! Du wirst immer besser. Rein! So Leute, also ich erhole euch jetzt auch nochmal ganz kurz ab. Die Frage war hier, würdet ihr lieber schnell mit eurem Partner oder eure Partnerin zusammenziehen oder eher nicht? Ich hab A. Wir quatschen. Nee, will ich gar nicht. Spaß. Du erzählst mir nicht eh immer was. Ja. Das hab ich denn souverän gewonnen? Der Jan. Der Jan ist es geworden. Bist du deswegen auch, bist du, also zählst du das jetzt rein oder erwartet uns noch mehr? Kommt jetzt, genau jetzt. Kommt mehr. Ich hab ja gedacht, das ist für dich, nee, das ist jetzt eine harte Unterstellung. Aber würdest du hier mit Lena sitzen, wäre ja, ja, Antifrauen, weil, ähm, das ist ja kein Film. Was, kein Feminist? Kein Feminist und deswegen will er die Frau zuerst draus haben und. Bei Martin denk ich das. Bei der Emanzipation, die wollen das so. Und da hatte ich jetzt Angst, dass du das Jan unterstellen musst. Ich muss ja sagen, Jan ist für mich pure Entspannung. Die brauchst du auch bei Jan, pure Entspannung. Na ja. Stopp. Nee, also, ähm, ich weiß ja nicht, was kommt, aber ich sage, ich krieg Chill-Vibe, weil ich sag, Harmony. Ich verstehe das, aber das ist jetzt ganz und gar nicht geil. Du hast gestern schon so schön gesagt, dir wurde dieses kleine Mini-Kondom auf diesem... Die dreifachen Kondome. Triple safe. Möglichst so, werde ich jetzt mit Mikrofon am Kopf operiert und... Es kann wirklich sein, kriege ich das Mikrofon jetzt als kleine Kamera hier noch reingesteckt oder wie wird es jetzt laufen? Ja. Ähm, Achtung, Achtung. Also, es sollte jetzt nicht so rüberkommen, dass ich hier ein Problem mit Emma habe oder so oder irgendwie alle aufeinander, äh, ja, oder auf Emma-Hetze oder so. Ja. Ich finde, dass die armen beiden Jungs oder die drei einfach vielleicht ein bisschen besser zu mir passen würden, so aus meinem Gefühl hier. Äh, und, ähm, dass wir drei vielleicht noch eher den Fokus haben, sodass wir dich kennenlernen wollen. Ähm, ja. Ja, aber das sollte jetzt nicht so rüberkommen. Dass dann wirklich da ist und... Genau, genau. Emma ist nicht so im Leben angekommen wie ein Devin, ein Martin oder ein Jan. Hä? Und das finde ich halt scheiße. Also, ich meine, das heißt, er kann von mir aus sagen, er ist der Meinung, er passt am besten zu ihr. Sag das ruhig. Aber dann Emma irgendwie erstmal ja auch das Interesse abzusprechen. Die letzte Aussage hat versaut, finde ich. Das heißt aus dem Interview? Ja. Und das finde ich halt auch nochmal, wo ich denke, auch Devin steht im Leben, mausig. Also, ich habe bei euch allen nicht gesehen, dass ihr im Leben steht. Also, seid halt älter als Emma. Martin steht im Leben und zwar auf Stelzen. Das stimmt. Jan muss im Leben stehen, weil der muss ein bisschen Kohle verdient haben, um die ganzen Tattoos bezahlt zu haben. Der war Soldat. Also, ich verstehe die Aussage. Emma ist 21 und... Und Stella ist 24. ...habe ich die Stimmung so ein bisschen... Ähm, ich lege das jetzt mal für mich aus, die Aussage. Nehme ich den Zusammenhang mit Ferry. So, aha, hi, hi, hi. So, klare Aussage wird nicht getroffen. Aber bei Stella ja auch nicht. Stella ist genau... Oder was meinst du? Ja, Stella ist genau so schwammige Masse. Also, wie kommt... Und das mein... Also, deswegen kann ich mir vorstellen, worauf... Also, ich kann mir gut vorstellen, dass man in dem Moment den Bedarf hat, was zu sagen. Obwohl man eigentlich gar nichts sagen möchte. Aber man möchte es vor ihr, warum man so war. Den Anfang habe ich ja auch gedacht, geil. Finde ich auch gut von ihm, dass er das jetzt nochmal sagt. Aber dann hat er irgendwie die Kurve nicht bekommen. Weil das finde ich dann wieder ein bisschen... Steht ihm einfach nicht zu, Emma da irgendwie zu sagen, die passt nicht zu dir. Ich würde gerne mal wissen, wie das ist, wenn du im Interview so diese Frage bekommst, die du nicht beantworten möchtest. Ja. Weil du denkst, ich scheiß jetzt rein. Ja. Ob du dann einfach die trotzdem beantwortest oder ob man wirklich den Mom hat zu sagen, ist jetzt gerade keine Relevanz. Sag ich nicht, ja. Aber auch im Hubschrauber, was er von sich aus zu Stella gesagt hat, hat sie ja nochmal gefragt, die haben eher den Fokus, sie kennenzulernen. Finde ich auch frech so. Warum? Das war für mich das Ferry-Ding. Ja, aber zu Ferry hat er ja gesagt, du, mir ist das völlig egal, mach durch euer Es ist ja wurscht, aber du musst... Ja, aber nee, finde ich, finde ich uncool. Finde ich richtig uncool. Und das können wir uns aber auch bitte nochmal merken. Weil er, das wird nochmal zur Sprache kommen. Ich merke auch, dass das noch nicht alles ist. Da brudelt ja noch ein bisschen was in dir. Sehr. Ich finde das... Ich finde es übergültig. Ich finde es real, sage ich mal. Aber stell dir mal vor... Meinungen zu haben, die dann auch so hin und her schwingt in der Situation. Ja, aber wäre das nicht auch kacke, wenn wir jetzt irgendwo... Ich meine, Bachelorette, Bachelor sind wir jetzt leider nicht. Aber wir sind jetzt beide am gleichen Daddy interessiert. So, und dann würde ich jetzt sagen, würde ich jetzt mit dem Daddy ein Date haben, sagen du, ne, also ich... Martin wollte ich auch gar nicht schlecht machen, aber ich glaube, ich habe halt mehr den Fokus, dich kennenzulernen. Und ich passe auch einfach besser zu dir. Also mehr war es jetzt auch nicht. Ist doch scheiße. Ist scheiße, aber wir sind auch bei der Bachelorette, wo du darum kämpfen musst, die Aufmerksamkeit... Ja, aber ich denke, dann nimm was anderes. Mach nicht andere schlecht, sondern nimm dich selber irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ich finde es slow. Ich finde es immer so leicht mit Unfairen, mit den Spielen kann man schon mal machen. Das stimmt auch wieder. Also da bleibe ich auch immer dabei. Weil man sieht am Ende, wer gewinnt, wer weiterkommt, die Leute, die ein bisschen mehr Energie reinstecken. Mal gucken. Devin hat sich noch ungefähr gar keine Energie reingestellt, habe ich das Gefühl, außer seine Gitarren-Ding und steht irgendwie auf der Eins, die Maus. Weiß nicht, was bei Devin... Was ist, was da kickt? Also was da wirklich kickt, ist es vielleicht das, was weiß ich, Arx Dark Temptation, was er noch... Irgendwas hat er drauf. So, und Emma hat es aber doch nicht so gut aufgefasst. Ja, ich kriege die ganze Zeit immer nur negativen Gegenwert von denen. Und ich bin halt die ganze Zeit immer voll nett und höflich und habe halt niemandem was getan. Das ist egal. Eigentlich juckt mich sowas auch gar nicht. Und wenn Leute so auf denen... Man kann nicht jeden mögen, ich mag auch nicht jeden. Aber ich fände manchmal trotzdem Respekt vor und nett mit jedem umgehen. So, mache ich auch. Ach man, ich sage dir ehrlich, hätte ich gewusst von Anfang an, dass ich mit dir das mache, hätte ich das jetzt rausgelassen. So, weil... Aber das ist ja nicht das Ziel. Nee, aber da hätte ich ja... Es gibt ja genug in dieser Folge, was auch noch trete drin sein können. Ich wollte einfach nur nochmal zeigen, dass es die Maus wirklich getroffen hat. Und dass ich aber mir auch da dann wieder denke, weil mich interessiert auch fast nur, was in der Kandidat-Innen-Villa abgeht. So, dann zeigt mir doch... So klingt das jetzt schon wieder, als ob die die ganze Zeit gemeint zu der sind. Also, ob die die so auf den Kicker haben. Ging das nicht um das Spiel? Muss ja, oder? Nee, ich habe das so verstanden, dass sie gemeint hat, ich bin die ganze Zeit immer nett und freundlich zu denen und von denen kommen immer Spitzen irgendwie. Ach so. Scheiße. Naja, egal. Ja, man merkt, dass es halt wirklich auch Fremde sind, die dort aufeinandertreffen. Und dass du da erstmal eine Dynamik finden musst. Du brauchst ein Kennenlernen, dass du weißt, wie ist der andere Charakter? Womit dreht dich jemand auf den Schlips? Ja, das stimmt. Wie weit darf ich mit meinem Humor gehen? Wie weit darf ich mit meiner Ehrlichkeit gehen? Ja. Und da ist so ein Alterskontrast natürlich dann auch schon echt nochmal ein großes Ding. Und Frau und Mann ja sowieso. Wie ist denn Jan eigentlich, wisst du das gerade aus dem Kopf? Anfang 30 irgendwas? 32 vielleicht. Ja. Tut mir natürlich leid. Er gibt sich vielleicht aber schneller, als man denkt. So ein Gefühl. Ja, ich meine, sie kann es ja jetzt auch nicht gleich mit ihm klären. Das hätte sie ja vielleicht auch schon viel aus der Welt geschafft. Aber er ist ja jetzt erstmal Einzeldate. Da kam dann auch in dieser Folge das Thema, dass er halt Soldat war. Und dann ging es ihm da ganz schlecht, wenn er zu Hause war und so. Und hatte auch Depressionen und bla bla bla. Hat sich aber jetzt gefunden. Sich selbst und alles fein. Und sie sind jetzt hier auf diesem MyDays gesponsorten Bett. Hab ich schon gesehen, ja. Und er hat sich was richtig Geiles ausgedacht, Martin. Ich glaube, das ist genau was für dich. Gedicht? Das ist genau was für dich. Ein Song? Wir können uns ja mal eine Minute lang in die Augen schauen. Mhm. Finde ich das interessant? Also ich will jetzt einfach mal in die Augen schauen. Und vielleicht kann ich da dann nochmal was versuchen. Das war die Idee. Also schon schwierig. Was hättest du gesagt? Hättest du gesagt, ja mach oder hättest du wieder gesagt, lass es? Ja, mache. Wirklich? Macht nämlich was mit jemandem. Ja, macht ja auch volle Kanne was mit jemandem. Ja, aber so. Die sitzen jetzt so da und sind so. Da ist die Kamera. Wie hier? Mit Kameramann dran. Hier auch das Bein. So. Nee, ich glaube, das ist totesweit weg, die Kamera. Ich glaube wirklich, die ist totesweit weg. Nicht reden. Also weird ist es, aber es ist auch weird, auf ein Date zu gehen, wo du weißt, ich muss die Situation leiten. Ich muss mich darum kümmern, dass es Entertainment ist. Weil Inhalt war nicht dabei. Also. Von ihr. Nein, sie hat nur gesagt, haha, ja. Ja. Dann sag doch, eigentlich, also viel ausdrucksstarker wäre doch gewesen, sonst finde ich das totes weird, aber wenn du Bock hast, können wir es gerne probieren. Wir machen mal was Neues. Oder, ey, bin ich großer Fan, wann guckt man sich mal aufrichtig in die Augen und nicht. Aber es ist nur, haha, ja, wenn du willst, haha. Also, weichgelutscht, da kann man nicht antworten. Ja, vielleicht findet sie es halt aber auch mega scheiße und will eben nicht vorm Kopf stoßen. Aber ja, wäre cooler, wenn sie sagen würde, finde ich, verhissst du, Digga. Aber dann bleibt kein Inhalt drüber. Nee, na klar. Er hätte es ja auch händeln können. Ich meine, vielleicht findet sie es ja auch cool. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es an sich eine gute Sache, wenn man weiß, man muss hier das Maximum rausholen aus der kurzen Zeit. Und ich will auch, oder ich bin bereit, körperlich zu werden und finde jetzt heraus, ob sie es auch ist. Und du weißt ja auch nicht, wann du das nächste Mal die Chance kriegst. Ja. Also, ran da. Hast du schon was gelesen? Du fragst dich, wie ich küsse. Das habe ich gerade gelesen. Habe ich recht? Ich frage mich tatsächlich, ob es dich besser ist, da noch nichts zu warten. Also, ich meine, ich finde es gut, dass er das probiert hat. Es hätte so fett bei dir Freitag 23.30 Uhr, hätte es so funktioniert, du hättest gesagt, ja. Ja. Ich frage mich nicht nur, wie du küsst, ich frage mich auch, wie. Ja, vielleicht, aber da habe ich auch schon 3.8 im Turm. Niemals, niemals. Ja, ich finde es natürlich, hätte sie so, in dem Setting trotzdem ein bisschen plump. Ich verstehe es aber und mir wäre auch nichts besseres eingefallen, das will ich auch dazu sagen. Da finde ich die Taktik eigentlich fast noch gut. Aber dieses, du fragst dich, wie ich küssen kann. Und dann lacht sie einfach nur und erst mal so, habe ich recht? Und sie ist so, aha, nein, hast du nicht. Scheiße. Das war schon zu viel Aussage, so viel kam nicht von ihr. Äh, ich frag mich, ob. Na, hat nicht funktioniert, aber er hat es auch. Müsste man nichts dazu sagen? Nee, ich fand es einfach nur toll. Wären wir jetzt nicht in dieser Position, hätte ich das geguckt und hätte gesagt, okay, ich habe es einfach gerade gesehen. Ich habe keine Meinung, ich will keine Meinung haben. Cringe, aber das ist auch vollkommen, vollkommen fein. Ja, ich will auch niemals da sein müssen in der Situation. Genau, also deshalb Props, dass er überhaupt gefragt hat und er hat es ja auch gut gehandelt. Möchtest du ein bisschen kuscheln? Ja, ne? Ja, ne? Auch wenn es unter warm ist, aber... Ist gut, gut? Ja, ist nicht gut. Ich habe das jetzt nur drin gelassen, weil irgendwie hatte ich auf der einen Seite ein bisschen das Gefühl, dass die jetzt so ist, wirklich, ich habe den Kuss verweigert, aber ich mag ihn ja. Willst du ein bisschen kuscheln? Dann lag er, und ich habe genau gesehen, sein Kopf lag nicht, er war die ganze Zeit so. Fühlt sich gut an. Bei denen ist gar nichts in der Luft. Jan muss halt länger drin bleiben, damit man ihn dann doch noch zum Bachelor in Paradise holen kann. Obwohl, das geht ja auch bei Gustav nach Folge 1. Das stimmt. Das ist alles möglich. Alles kann nicht ja möglich, aber dort wird er seine große Liebe finden. Und er kann jetzt eigentlich in dem Moment abschalten und einfach nur noch ein bisschen Präsenz haben. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass alle Boys seit Devin den ersten Kuss bekommen hat, denken die jetzt so, ja, sie ist ja ready to kiss. So, weißt du? Also so, aber ist sie halt offensichtlich noch nicht so. Ich habe eher so keinen Plan, ob ich sie überhaupt noch küssen will. Echt? Wenn es da beim ersten Mal schon kickt, dann scheine ich ja nicht in ihr Raster zu fallen. Er wollte ja wohl. Was war denn das? Aber auch von ihrer Seite aus. Sie war so wie, ich gebe dir jetzt einen Zunkkuss auf die Wange. Das war wie das mit Ferry, das Schüsssagen von Ferry letzte Woche. Das ist, weil sie klebt vielleicht einfach so ein bisschen zu nah, dass du ihr einfach nur ein Küsschen auf die Wange geben willst. Und dann ist der erste Schritt nach vorne und dann bist du schon direkt dran. Risiko, kein Plan, möchte ich vergessen. Möchte ich auch vergessen. Ich so, ja, irgendwas lese ich da in deinen Augen. Ich so, na, du fragst dich gerade, wie ich wohl küsse. Oh, Jan, bitte nicht. Hast du gesagt? Ich schwöre bei Gott. Jan. Eigentlich müsstest du lesen, dass wir vielleicht noch ein bisschen warten. Nee, hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Natürlich ist man auf der einen Seite auch ein bisschen erleichtert, dass kein Kuss gefallen ist. Ja, crazy, Alter. Also, wisst ihr, hier dachte ich ja auch schon wieder zu Jan, ich fühle es ja. Dass er auch da sitzt und sagt, Mann, warum habe ich das gesagt? So kommt es ja rüber, so. Und das auch so locker und wirklich ehrlich und aufrichtig erzählt. Wir erleben sonst immer, ja, die hat richtig Bock, aber ich habe abgelehnt. Das kann ja auch niemand gerade stellen in der Folge. Aber die Reaktion von Devin. Perfekt. Perfekt. Wie er wirklich bei Freunden auf der Couch. Und dass ich auch sage, wenn das der reale Vibe von ihm ist, dann check ich auch, dass da Sexual Attention Bias ist. Ja, oder? So dumm. Ich möchte hier noch sagen, dass er vor der Gruppe hat das nicht gesagt, Jan. Da meinte er auf die Nachfrage, ob sie sich geküsst haben, hat er gesagt, nee, der Vibe hat nicht gestimmt. Und dann hat er zu Devin gesagt, die erzähle ich jetzt, weil es mir peinlich. Aber es ist ja eigentlich, sagt er ja nichts Falsches, nur vor der Gruppe. Er lässt halt nur das Wichtige aus, dass er wollte und sie halt nicht. Aber grundsätzlich ist das ja der Grund. So, hier habe ich jetzt einfach nur für einen Plot mal drin, dass Stella ja immer noch mit ihr, äh, mit Leila, mit Leila textet. Und allein die ganze Telefonsituation war lassen. Ich fand's mega. Weil, ähm, dass es zufällig jemanden findet, ist es nicht jemanden in die Hand drücken. Das fand ich, ja. Ich finde die Idee geil. Also dann hört's auf. Aber sie hieß ja auch erst, ich verstecke das. Dann dachte ich schon, das ist ja ein krasses Versteck. Das hier ist ja das Handy drin. Hier chillen die ja die ganze Zeit und sie ist ja so. Ja. Und dann ja aber auch noch gesagt. Ich habe was für dich. Ich habe es versteckt hier. Und dann so freu dich, du hast Geburtstag. Ach cool, ein von eins. Musst du gerade an dich denken, wie war dein Tag? Ähm, ja, scheiße, nachdem ich dein Bild gesehen habe. Bisher eigentlich ganz geil, aber was ist das für ein Negligee? Nee, es ist ein okay Selfies, aber es ist endlich Bachelorette-Worthy. Und hast du dir das geschickt, auch 19, 27 ist sie schon im Bett? Ich. Christa Eck. Ich meine, das hat ja nichts zu tun, aber... Christa Eck, wer vor 10 schläft. Ja, total. Außer halt, Frühschicht. Dann von mir aus. Dann aus. Aber dann auch ich wegen Frühschicht. Aber... Ah, nee! Ja, genau! Krankenhaus um 6 Schicks beginnt. Nee, dann ich, ich, ich! Stopp, Alter! Cancel! Minus Aura. So, möchtest du Stella oder Layla sein? Ähm... Es ist mittlerweile schon 19, 28. Rechts, rechts, da bin ich Stella. Okay. Musst du gerade an dich denken, hab miesst einen Ständer gehabt, wie war dein Day? Ähm, wie geil kann man nach so einem langen Tag aussehen? Bist du eher Team Top, oder? Nee! Bist du eher Team Frühschlafen gehen? Es ist 19, 20, es hat Negligé an, ich glaub schon! Und früh aufstehen oder nachtaktiv? Hey, meine liebe Layla, hier auf jeden Fall früh schlafen. Außer bei dir, Nacht der Rosen, haha! Und du so? Es ist wirklich so, äh! Ich stehe normalerweise so um 6 Uhr auf, aber am Wochenende, in Klammern, wenn ich nicht allein bin, darf es auch mal ein Slow Morning sein. Es ist wirklich, ich lese es. Also, da hab ich direkt einen Frosch im Hals. Hätte eine Freundin mir diesen Chat gezeigt, hat gesagt, guck mal, wie süß ich mit meiner, mit meinem Crush getextet hat, hätte ich gesagt... Was soll das sein? Ist das deine Tante? Dein Crush? Mit zwei Löffel die Augen, ähm, es hat sich, es ist jetzt vorbei mit mir. Untersehkraft, ich verabschiede mich jetzt selber, ich plopp mir jetzt die Augen einständig raus. Es ist ein Gespräch, das schreit unbumsbar. Es ist nichts? Es ist wirklich, ähm, du bist, äh, du bist, ähm, Ende 40, frisch getrennt von deinem Partner, den du im Abitur kennengelernt hast. Ihr habt zwei Kinder und du lädst dir, ähm, Parship runter. Parship bezahlst dort 46 Euro im Monat und hast dann, ähm, Dirk 38, äh, ne, Dirk 48, drei Kinder, ähm, Brille ohne Rahmen und viel Haarausfall. Und es ist dann, du textest das erste Mal wieder mit einem Mann, bist ja nervös bei sowas. So ein Gespräch ist das und ich möchte niemals… Da hinkommen. Da hinkommen? Also, weil dann, du hast einfach keinen Spice. Du hast keine Lust. Ja. Ne, hat man auch nicht. Und, und Layla hat ja angefangen mit Riz, sie hat ja das erste Mal ein sexies Bild geschickt, also letzte Folge. Für mich war dieses Telefon da zum dirty talken. Ich hab ja auch gedacht. Ben Horny kommen rüber. Aber vielleicht trauen die sich halt nicht. Ben Horny kommen rüber. Ja. Dass auch wirklich kein Mensch dort… Einbricht. Einbricht? Mal rüber geht's. Also, muss ja nicht einbrichten, aber mal klopfen. Dort ist jemand von der Produktion, der steht dort bestimmt wache. Ist doch egal. Sagst, den würde ich bestechen, dann würde ich labern, dann würde ich kacke labern. Die freuen sich doch auch, wenn sowas passiert für die Show. Bachelorette Schweiz, Belly und eine andere sind eingebrochen und haben eine Nummer mit dem geschoben. Und das, die Haus war nicht, die Haus? In der Schweiz sagt man das so. Das Haus war nicht nebenan. Also, die haben richtig noch was auf sich genommen. Hier wird ja nur eine Flaschenpost rüber geschmissen. Mies, das Langweiligste. Text geht noch weiter, wir können gleich noch weiterquatschen. Ich hab ja dann auch angeteased, dass wir uns vielleicht morgen sehen werden. Zu einem Slow Morning mit dir melde ich mich dann schon mal an. Wird's jetzt ein bisschen spicy für dich? Um 19.33? Nein, eigentlich nicht. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Vielleicht magst du mir morgen bei einem gemeinsamen Date das Handy zurückgeben, damit unser kleines Geheimnis nicht aufliegt. Ne, damit du es dem anders geben kannst. Ich. Ich würde sagen, cool, wenn du nicht mit mir texten willst, dann lass es. Dann sag's doch einfach. Ja. Dann gib mir das doch nicht gleich. Ist langweilig? Geh doch mit deinem Martin aufs Date. Ich finde, es liest dich ja jetzt auch, magst du mir morgen mal bei einem gemeinsamen Date das Handy zurückgeben. Klingt für mich wie Einzeldate. Ich würde sagen, geil. Morgen krieg ich Einzeldate. Klingt tendenziell nach gar nichts. Ja, weil du hast schon abgeschlossen mit ihr. Und Leila ist ja wenigstens noch aufgeregt. Es geht auf ein Gruppendate. Gruppendate? Oder was auch? Ich geh da nicht hin. Leila, Luna und Musti. Es wird emotional. Ich hoffe, ihr seid bereit, euch mir zu öffnen. Erste Frage an dich. Denkst du, Musti geht aufs Gruppendate? Ja. Er hat seinen Preach vergessen, der war bloß für Show. Okay. Und hättest du Bock, emotional zu öffnen? In der Konstellation? Nein. Also, wenn ich eine von den Girls wäre und Musti wäre dabei, würde ich sagen, nein. Wenn ich Musti wäre, würde ich sagen, ähm, was wollen die jetzt hier? Ja. Was soll das jetzt werden? Ja. Ich geh zwar auf ein Gruppendate, eigentlich nicht so cool, aber ich hab gehört, worum es hier geht bei diesem Gruppendate und das steht für mich dann eher im Fokus. Wenn es jetzt ein anderes wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, kein Bock drauf. Niemals hätte er gesagt, kein Bock drauf. Laberschwein. Es ist so ein Laberschwein, deine Meinung zu ihm habe ich da jetzt noch gar nicht gehört. Außer in Frage 1 und 2. Am Anfang fand ich lol. Genau. Jetzt mittlerweile ist halt lassen. Ja. Lassen, weil... Was soll's werden? Wo soll's auch... Ja. Voll der Schwätzer. Und das Ding ist, ich hätte eigentlich gerne so mein Hate fortgeführt. Ich habe jetzt auch von diesem Emotional Date relativ viel rausgeschnitten. Naja. In der Nacht der Rosen in der zweiten. Ich war sehr verunsichert. Ich dachte mir so, okay, wow. Ist es jetzt wieder so wie immer, dass mich jeder sehr falsch einschätzt und so? Verstehst du, was ich meine? Weil es ist öfter der Fall. Ich finde, selbst wenn wir reden, auch wenn es um interessante Themen geht, trotzdem hast du diese Entertainer-Rolle so drauf. Und manchmal fühle ich mich so, als würdest du nicht so wirklich zum Punkt kommen. Was diese Kommunikationsmittel betrifft, wo du sagst, ah, irgendwie merke ich... Weiß ich nicht. Redet der nun richtig? Oder ist das vielleicht aufgesetzt? Oder ist das ein bisschen Entertainment? Ähm, das ist auch ein Teil von mir. Dass das jetzt so stark rübergekommen ist, dass du so gedacht hast, hey, irgendwie weiß ich nicht, hat er jetzt so... Das ist jetzt... Ich komme nicht wirklich auf den Nennern bei ihm, so. Das tut mir natürlich leid und es ist sehr schade, aber wir sind ja jetzt hier. Hä? Hä? Ich kaufe ihm kein Wort davon ab. Leider. Ich auch nicht. Es bleibt so, wie es vorher war. Und ich habe auch... Also ich fand ihre Begründung, also ja, sind irgendwie Gründe, aber auch irgendwie nicht richtig erklärend. Und er hat einfach das gesagt, was sie gesagt hat. Und dann gesagt, obwohl er vorher meinte, das ist so, ist er nicht, ist auch ein Teil von mir. Es ist die Frage, was ist dieser Teil? Weil wenn man zum Beispiel Ferry anguckt, sagt man, okay, da ist auch so viel Show bei, aber er ist halt todesnah war, finde ich. Ja. Ganz anders. Ob das jetzt passt oder nicht, keine Ahnung, aber ich gucke dem in die Augen und nehme dem das ab, dass ich sage, der Junge hat Bock, der will gesehen werden, der will gehört werden, der will irgendwas machen, wo er so ein bisschen sein undiagnostiziertes ADHS rauslassen kann. Da bin ich vollkommen fein mit und der hat das in der Hand und kann das vielleicht sagen, okay, dann rudere ich ein bisschen zurück und hier ist jetzt halt, ja, so bin ich halt. Bei ihm habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass er damit irgendwas überspielen will, also dass er so krass auf cool machen will und bei Ferry habe ich das Gefühl, der ist halt wirklich einfach loko. Und hier ist halt, also ist es der unangenehme Onkel, der reingeheiratet wurde in die Familie, der mir jetzt sagt. Der so abkumpeln will. Na, der dann auch sagt, ähm, was, deine Freundin darf eigenständig Vertrag unterschreiben, die hat ein eigenes Korruptum. Hä? Das machen wir nicht so. Hä? Also wenn ich das übernehme, dann hat die halt viel weniger zu tun. Ja. Wo du denkst so, also schön, dass du eine Variante gefunden hast für dich und deine Partnerin so zu leben, aber du denkst, ähm, war jetzt für dich. Ja. Hat einfach deine Hand jetzt. Besser ist. So in die Richtung geht es leider. Man muss die für mich, weil auch kein Interesse geweckt wird. Nee, gar nicht. Ich will die gar nicht kennenlernen in irgendeiner Form. Ähm, er muss dir jetzt was aufschreiben, was er loslassen will. Mhm. Es ist eigentlich, so für mich persönlich ist das so eine gute Eigenschaft, weil ich schütze mich ja irgendwie dadurch. Ja. Die letzten vier Jahre waren halt nicht schön, ne, was soll ich da sagen? Nee. Es fing halt mit meinem... Mit meinem Kopf. Ist gut, mach dir keinen Kopf. Nein, 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 nein. Es fing halt mit dem Tod von meinem Vater an und das da hat sich sehr stark ausgeprägt, was keine gute Eigenschaft ist. Ich verurteile das auch. Irgendwas hat das in mir gemacht. Es ist natürlich auch ein Teil gestorben mit mir. Ich verstehe das nicht. Mann. Man. Ich finde es natürlich erstmal... Also ich weiß jetzt nicht, ob er damit auch vielleicht so seine Fassade meinte jetzt gerade mit, er auch so, er versteht das nicht, was ist jetzt, weil es war auch natürlich sehr viel länger, diese Szene. Na, Gleichgültigkeit, also wenn er das auf die Gleichgültigkeit bezieht, ist das ja nicht Fassade, sondern was in ihm drin ist. Ja, nee, ich meine jetzt, ich weiß ja nicht im Interview, ob er damit die Gleichgültigkeit meinte, weil er, oder? Ich denke ja, also so wie du mir das jetzt zusammengeschnippelt hast, ist es sehr gut. Es war sehr, es ging fünf Minuten oder so. Oder sehr passig. Ja, ja. Und wenn es auf irgendwas anderes bezogen ist. Ich hätte jetzt sonst nur noch in den Raum gestellt, ob vielleicht dieses Entertainer-Rolle, dass er sich nicht so richtig authentisch öffnen kann, dass er lieber irgendwas vorspielt, sodass alles cool ist und so. Und dann hat es mir jetzt schon wieder leid, wenn er da auch so sagt, ich weiß auch nicht, was das ist, so wie, was, wie das zustande gekommen ist. Also er weiß, wie es zustande gekommen ist, na klar. Aber ja, Mensch. Es ist ja ein Ansatz, aus dem sich vielleicht, wenn sich daraus die Entertainer-Rolle ergeben hat, dass er mit dem Schicksalsschlag nicht gut umgehen konnte oder so. Das ist ja ein Ansatz, den man gut greifen kann und dann vielleicht einfach nur erst mal für den Moment den falschen Weg eingeschlagen. Aber man kann ihn ja besser lenken. Natürlich. Dass er sich nahbarer macht. Er macht es ja einfach auch nicht nahbar, sondern er macht es ja nur uninteressant damit. Das ist ja das Ärgerliche. Und ich habe ja eigentlich auch gedacht, dass, weil Stella ja auch diese Seite irgendwie von ihm sehen wollte, hat sie zumindest gesagt, dass sie vielleicht jetzt auch ein bisschen, dass sie mit ihm nochmal in irgendeiner Form vertiefen möchte. Ja. Weil sie sich ja auch jetzt noch jemand fürs Einzeldate beibehält, aber ich kriege keinen Vibe zwischen denen gefühlt. Oder? Spürst du, dass sie in irgendeiner Form Interesse an ihm hat? Nee, gar nicht. Gar nicht, ne? Das ist das unpassendste Kombi, die es da drin gibt. Ist wirklich so. Mit einer Person würde ich gerne den Abend dann noch zusammen bei mir verbringen. Das wärst du, Leila, wenn du Lust hast. Darf ich küssen? Ja, gerne. So ein bisschen ineinander. Ineinander? Zerfließen. Erstmal hat sie ja bei mir gekickt, dass ich gedacht habe, wie geil ist das denn? Die wird ja zum Date eingeladen und muss nicht nochmal ewig nach Hause fahren und dann wieder ewig zu ihr fahren. Die hat sie einfach zu Hause fertig gemacht und ist rübergelaufen. Das ist ja so geil. Das stimmt. Das ist ja übelst geil. Finde ich mega. Und ich habe es mir angeguckt und ich dachte, Leila hat ja auch so einen krassen, flirty Blick irgendwie drauf. So richtig durchdringend, aber so auf sexy wie Sau. Und Stella war jetzt halt auch wieder und wer ist denn ein perfektes Date für dich? Und sie so bla 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 und vielleicht ein Kuss. Ich wollte es auch fühlen. Ich glaube, sie saß sogar am Ende sogar auch auf ihrem Schoß drauf. Also sie haben wie bei Devin. Ich glaube, die Pool-Sache, die macht es ein bisschen für Stella. Im Pool rummachen. Fühlst du jetzt was da, wenn du das siehst? Kribbelst du auch bei dir? Es ist bestimmt eine schöne Stimmung in dem Moment gewesen, aber bei mir ist auch die Sorge ganz groß, dass die Kandidaten, die weiterkommen, irgendwann kein Interesse mehr an ihr haben. Wie zum Beispiel eine Eishundi, die dann geht, weil man sagt, es ist platonisch, aber es ist auch wirklich nur platonisch, nicht mal freundschaftlich. Weißt du, es ist so, es besteht einfach an dieser Person gar kein Interesse. Gar kein Interesse, meinst du? Also so wirklich null. Ja, es kann sein. Hart gesagt, aber habe ich ein bisschen Sorge, weil Leila ist krasser Charakter. Bei Devin habe ich noch das Gefühl, das würde noch gehen. Ja, weil der ein Girl braucht, was genauso leise ist wie er. Ja, aber was ihn vielleicht auch ein bisschen mitzieht so manchmal, wo er sich auch unterordnet, klingt halt so schlimm. Aber ich habe das Gefühl, er wäre halt dann richtig Fanboy. Was jetzt nicht schlimm sein muss? Was meinst du? Glaube ich gar nicht. Echt? Schreibt mal eure Kommis in die Meinung, oder? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dazu steht, ob das mit Devin ein gutesten Ding wäre. Also für sie weiß ich nicht. Den siehst du ja auch im Finale, ne? Empfange ich das richtig? Ja, irgendwie schon. Ich nehme mich auch. Aber ich kann nicht sagen, warum. Es ist nur so, weil eigentlich ist das ein armes Würstchen immer noch, weil da hängt da noch an der Ex. Aber wie sau. So, das habe ich wirklich ohne Scheiß, das ist so sinnlos. Ich habe es extra für dich, in der Hoffnung, dass wir hier Reakten drin gelassen, weil ich wusste, du kriegst jetzt ein Hate. Ich liebe es ja, zu tanzen. Wenn ich so merke, ich denke gerade mal zu viel nach, dann mache ich auch einfach Musik an, dancen ein bisschen, fühle einfach den Moment und vergesse einfach mal alles kurz. Ich habe noch elf Leute da. Wie fandst du das? Wozu war das jetzt? Wozu? Um meinen Ick aufrechtzuerhalten. Da frage ich mich wirklich, ob die Produktion sagt, es ist eine geile Idee, mal jetzt hier nochmal ein bisschen was von dir, also sowas mal reinschnippeln. Oder ob sie ja gesagt hat, kann ich nicht auch nochmal ein bisschen so tanzen? Ich kann mir vorstellen, sie hat vorher zu allem mehr gesagt, was die Produktion sagt, und die sagt dann so, naja, dann tanzen wir halt ein bisschen. Ja, und wir brauchen noch was zum Füllen. Ich verstehe das ja, dann mache ich mir ein bisschen Musik an, wenn es mir zu viel wird, dann tanze ich ein bisschen. Und dann tanze ich aber zu Hause nicht so. Also jeder kann tanzen, wie er will. Aber auch hier hatte ich wieder das Gefühl, es ist jetzt nicht so richtig authentisch. Wir bleiben bei dem Anfangspunkt, du kannst nicht alles machen. Du bist, also niemand ist die Person aus dem Bilderbuch. Sie beschreibt für mich diese Rolle, die einem Kind serviert wird, als heranwachsende Jugendliche, die ihr Leben mit Leichtigkeit lebt. Aber es beschreibt nicht die Realität. Es ist weit davon entfernt. Also wie macht sie ihre Steuer? Es ist so cool. Guck mal, hier ist die 0 und hier ist die 3. Die sehen so süß zusammen aus. Mach ich Herz rum. Ach man, scheiße, ich muss jetzt noch mal eine Nebenkostenabrechnung holen. Macht doch nichts. Überweise ich doppelt. Mann, aber ich weiß, was du meinst. Es tut mir wirklich leid, aber Chance wurde sieben Folgen lang gegeben. Ich bin jetzt bei 8 einfach nur ehrlich. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise. Ich freue mich heute auf jeden Fall ein bisschen zu feiern. Martin und ich haben uns schon entschlossen, dass wir gut feiern werden heute. Ist dir Teamwork angesagt? Ja, wer hätte sich gedacht, dass ich und Martin wirklich so gut weiden und so. Ich kann viel von diesem Mann lernen. Es ist ein Mann, den ich nicht so in meinem Leben habe. Oder dieser Art Mann. Und ich bin froh, dass ich mich auch dazu öffnen kann. Es ist also Ferry und Martin, dass die Bros sind? Ich fände es ja eigentlich toll, wie er es gerade beschrieben hat. Zwei Menschen habe ich nicht in meinem Leben. Und ich kann von ihm lernen vielleicht was. Und das finde ich eigentlich auch einen geilen Ansatz. Martin muss ja Macher sein. Mit Sport, mit Haus und bla bla bla. Macher auf seine Art und Weise. Ja, na klar. Wenn man ihn jetzt nicht auf den Podium stellt und sagt, teil uns deine Position, deine Ansichten mit. Gibt es, also, ich stelle mir vor, dass er im Dorf der Macher ist. Den rufst du an, der hat was. Der hat auch wirklich alles da, wenn du was brauchst. Und ich glaube, der ist bestimmt auch ein cooler Typ, dass er auch sagt, ich komme. Weltoffen ist, bloß er kommentiert ist halt schwierig. Ja, weltoffen würde ich jetzt nicht mitgehen. Also das, was mit Luna war, die Auseinandersetzung, kann ich mir vorstellen, dass er das sagt, aber trotzdem dann so, kommst du morgen mit wandern, ich hätte hier eine coole Steuze. Und dann hast du trotzdem eine geile Zeit mit denen, obwohl der so eine Meinung zu dir hat. Dass er das gar nicht so auf die zwischenmenschliche Beziehung sich auswirken lässt. Sondern einfach kurz ehrlich und dann weiter. Ja, aber auch nicht checkt. Ich muss mit denen hier und deswegen mache ich gerne. Also es ist kein Problem. Ich glaube halt wirklich, dass er auch ein bisschen blöde ist. Uns wurde auch ein Chat zugeschickt und da hat er auch nochmal beteuert, habe Abitur studiert alles. Also wirklich, er hat Abitur studiert alles. Ja. Hä, ich bin nicht dumm, habe Abitur studiert alles. Ja, das wissen wir auch, dass es im Endeffekt nichts heißt. Heißt es ja auch nicht, aber ja, weiß ich nicht. Emanzipation nicht verstanden, okay, heteronormativ, noch nie gehört in seinem Leben. Weiß ich jetzt nicht. Also er hat sich jetzt bisher noch nicht so viel mit Ruhm bekleckert, aber vielleicht will die Produktion natürlich auch dieses Bild hier ein bisschen darstellen. Das hat er ja auch kluge Konversationen gehabt. Ich weiß es nicht. Kann ja alles möglich sein. Ich möchte mich gleich im Vordergrund entschuldigen, dass ich jetzt für ein tüs Verständnis hier was drin gelassen habe. Ich muss aber leider sagen, dass es für mich bis jetzt rein platonisch ist. Ich habe auch mehr so diesen freundschaftlichen Vibe gespürt. Ja, perfekt. Ja. Die werden sich nie wiedersehen, habe ich das Gefühl. Oder? Mehr brauchen wir dazu auch nicht sagen. So, Eisdun ist weg. Luna findet es mega scheiße. Hat geheult. Heult immer noch. Das ist nicht so schwer zu sehen. Oh Mann. Aufkam hat Luna zu mir und Jan gesagt, dass sie mehr Drama machen muss, um in die nächste Show zu kommen. Ich sage es zu ehrlich, ich fand es nicht real. Sie hat auf einmal angefangen zu heulen. Keiner hat geheult. Das ist für mich nicht so real und deswegen halte ich mich von so einer Person fern. Da würde ich jetzt gerne Mäuschen spielen. Ob das nun stimmt? Ja, aufkam ist natürlich für uns immer gefährlich. Da sagen wir, warum gibt es diesen Moment? Richtig. Aber natürlich gehört dazu. Und als die Damen vorgestellt wurden, hätte ich dort jemanden so Showgeiheit unterstellen wollen, hätte ich es Luna gesagt. Bei den Damen. Sie hatte halt danach auch wieder eine sehr geile Zeit. Also alle und haben auch wieder viel gelacht und so. Stella hatte auch selber gesagt, ja, wir haben es relativ schnell vergessen. Dann war alles fein. Ist natürlich wieder einen komischen Beigeschmack für mich mit diesem einen Kommentar unter unserem letzten Video. Was ja aber auch nur eine Unterstellung ist, dass Martin da angeblich nur hingegangen ist, um sein Coaching da zu promoten. Dass er das auch rum erzählt hat. Wenn man jetzt denkt, dass das stimmt, ist natürlich diese Aussage sinnlos. Also ich glaube, niemand geht mit der Intention rein, die große Liebe kennenzulernen. Nee, da auch. Auch wenn man sagt, ich lasse mich auf die Experience ein, bist du nicht auf die große Liebe aus. Nee, aber dann kannst du dir nicht hinsetzen und einer anderen Person sagen, dass sie nicht real ist. Und dich dann auch dann sagen... Ja, kannst du schon. Du wirst ja nicht über dich gefragt, Ich halte mich von der Person fern, dann musst du dich ja von dir selber fernhalten, weil dann bist du ja auch nicht unbedingt real. Vielleicht hält er sich fern, weil er nicht weiß, wie seine Aussagen verwertet werden. Ob sie überreagiert und showmäßig, wenn er was sagt, was neutral ist, dass sie... Zu ihr? ... dass sie ihm einen Strick draus dreht. Keine Ahnung. Es ist Wunschdenken. Wir sind wirklich sehr Martin-lastig hier heute. Leider. Leider. Es ist auch verständlich, weil er halt als Einziger dann wirklich ja das abspiegelt, womit wir alle gerechnet haben in der Staffel. Ja. Dass es Leute gibt, die damit nicht so richtig gut umgehen können. Voll. Zusammenleben mit Frauen. Die Liebesform, die daraus entstehen kann. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich könnten wir jedem unterstellen, der ist nur für die Show da. Ja, natürlich, klar. Machen wir ja manchmal auch gerne. Ja. Von ihm kam das so ein bisschen rüber, als er das Gefühl hat, dass das Interesse von dir nicht so an mir sei. Das Interesse, muss ich sagen, ist mega da. Ich finde es einfach schade, dass jemand dann sagt, ich glaube, du hast da kein Interesse und dann auch dir das sagt. Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich mir seine Worte zu erhebte. Das freut mich. Ich finde es gut, dass Stella gesagt hat, sie checkt das nochmal selber ab und sagt dir das auch. Ich finde es richtig lässig, dass sie einfach das droppt. Ja. So, und Emma fuckt es natürlich mega ab. Deshalb meinte ich, wir müssen uns das mit Jan nochmal im Hinterkopf behalten. Aber hier ist an dieser Nacht der Rosen so viel passiert. Hier wurde die ganze Zeit vor Schau gemacht, dass alle miteinander Stress haben. Aber ich glaube, das passiert richtig erst. Nächste Folge. Ja. Es ist richtig wild, aber hier geht es jetzt weiter und hier sind verschiedene Beefs gefühlt parallel am Start. Na, zeig her. Wenn ich das Gespräch mit Stella suchen möchte, dann hole ich es mir auch. Es ist mir egal, wer vor mir ist. Mann! Mann! Oha! Oha, musst du da warten? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also ich meine, ich verstehe voll, wie das zustande kommt, dass diese Interviews wahrscheinlich alle davor gemacht wurden und er sagt, ich hole mir das heute. Klar gehe ich da hin und dann bist du in der Situation und alles ist plötzlich ganz anders. Aber das ist natürlich dann auch so zusammengestitten. Na, dass du das auf die Hüse fällst. Es ist so lustig. Auch dieses du, du, du. Oh, Anni, kann nicht hingehen. Die quatscht ja gerade mit zwei. Ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist. Ob Stella gemacht hat. Nee, noch nicht. Dass er so plötzlich stehen geblieben ist, weil er wusste ja, dass da jemand sitzt. Ja. Aber er hat es ja noch geschafft, Alter, soll ich für dich die Dings ausmachen? Die Überblendung? Nee. Willst du den Kuss richtig? Doch. Hier, hier müssen wir es machen, weil er geht ran. Das ist schon kalt, niemand, wenn du richtig bist. Naughty. 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 Ja, ich werde davon alles zurückgehen. Aber dann leist du das so, dass ich es sehr, sehr viel ist bei dir. Okay. Ich bei dir. Kind. Das ist auch schon alles. Also er konnte auch, glaube ich, gar nicht mehr so richtig aufhören und ich hatte mehr so ein bisschen Angst, dass wir erwischt werden. Also ich bin kein Typ für eine Sachen. Mich hat das in dem Moment schon angeturnt auch und es hat mir gefallen. Also sah naughty aus, stimmt schon. Die hat ja grundlegend Bock auf ihn gehabt. Ja, voll. Und wenn es das dann so ergibt, dann ist es ja so, es fängt noch mehr, also es sprudelt leicht über und explodiert noch nicht. Die haben auch richtig lange rumgemacht. Ich musste ja alles wegschneiden, weil sonst würde er ja nicht monetarisiert werden. Auch hier für euch, wenn ihr den Naughty Naughty Kuss richtig sehen wollt, nochmal, ne? Ihr müsst euch eine eigene Make-Count machen und euch es mit eigenen Augen ansehen. Ja. Ich finde es auch krass, dass es ja von ihr auch kam. Also er hat ihn nicht vorher irgendwie gefragt. Er meinte nur, er ist sich jetzt nicht sicher, wenn sie keinen Bock auf ihn hat, so dann soll sie ihm das einfach sagen. Aber er hat es auch nett formuliert und sie hat dann gleich daraufhin das gesagt, guckt gerade keiner, wenn du möchtest. Gimme cash. Äh. Was denn? Ich hoffe, es macht nicht die Runde. Jetzt läuft es ganz gut bei mir. Echt? Ich saub heute mit dir ein. Erzähl mal bitte. Nee, erzähl ich nicht. Bleibt für mich. Ich wollte nur kurz was machen und fertig. Mach schön. Kann sein. Hast du? Nee, weißt du. Ich bin ein blöder Schätzchen. Exakt. Ich bin überall ein Mann, der seine Worte hält. Du siehst, dass er auch so ein bisschen aufgeregt ist. Ja, nervös und so besät. Wo ich so sage, hä, das ist ja doch was da. Also wieder auf Anti-Robot auf einmal. Es ist so ein bisschen halt auch eigentlich schön, das so zu sehen. Aber ein bisschen schwierig. Bisschen Teenie-Style. Ja, aber gehört dazu. Ja, eben. Scheiß drauf. Scheiß auch drauf. Warum sollt ihr das nicht die Runde machen? Ja, eben. Ich fände es beschissen. Würde man dort sein und Sachen nicht mitbekommen und jetzt das im Fernsehen sehen. Das ist das Schlimmer. Die Alte hat mit jedem geknutscht. Die hat, ähm, den Spanns gelutscht. Das ist doch nicht schlimm. Hier das gemacht. Aber, und dann bin ich der Gewinner und sie sagt, nee, siehst du was? Ich hab wirklich nur... Ich hab wirklich nur... Du bist der Einzige und dann wirst du... Ja, das ist Quatsch. Jetzt ganz übertrieben. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Da wäre es doch schön, wenn wir wenigstens alle darüber informiert sind, wann was man macht. Und jetzt? So, vielleicht auch einfach ein Kuss-O-Meter oder ein Dät-O-Meter. Ich hab's eben nicht dagegen entschieden nochmal. Ja, ist okay. Live dort in der Villa hängen haben. Ja, so ein Screen. Dass man sagt, Kuss gefallen oder so, ähm, Pferderinnen. Das? Genau. Aber bei Too Hot to Handle, alle haben so ein Armband um und da kommt immer so ein Kuss-Emoji. Push-Nachricht. Und jetzt werde ich sauer. Jetzt passiert's. Und zwar wurde mir gerade zugetragen, dass du bei dem Dät-Mix-Zeller gesagt hast, dass ich kein Interesse an ihr habe und ich muss einfach dir gerade nur sagen, Null. Stopp. Nein, hab ich nicht. Absolute Fehlaussage. Hab ich nicht. Wird mir von ihr aber gesagt. Von ihr? Das verletzt mich richtig hart. Ja, aber ich hab niemals gesagt, dass du kein Interesse an hast. Niemals. Dass wir drei vielleicht doch eher den Fokus haben, so dass wir dich kennenlernen wollen. Ähm, ja. Ja. Aber ich muss das gerade klarstellen. Also irgendwas wurde da ja wohl gesagt bei dem Date. Alles cool? Bei mir auf jeden Fall. Okay. Das machen sich sehr zu schön. Ja. Wenn man genau betrachtet, was wie gesagt wurde, ja. Jetzt ist die Frage, was er sagen wollte, ob er vorher einfach reingeschissen hat. Die Frage für mich ist jetzt, ob er, also wie gut versteht man denn, was der andere sagt in diesem Ohrding? Weil er hat jetzt nicht, also was er gesagt hat, ist trotz, also die Info ist die gleiche. Ob er es jetzt genau so gesagt hat, hm, Stella hat ja nachgefragt, du meinst, dass das Interesse bei euch, also bei euch dreien, von denen er spricht, wirklich da ist? Und hat er gesagt, ja genau. So jetzt ist... Ich hab dann gedacht, meint er vielleicht, bei den beiden weiß ich es auch, dass das Interesse da ist, aber weiß ich es nicht. aber das muss man sagen, in so einem Moment leider Gottes. Wir wissen, wie wichtig das ist. halt auch scheiße, dass er das komplett leugnet, also komplett, dass er auch gesagt hat, nein, stopp, nein, stopp. Ja, und das finde ich halt scheiße wie Sau, gerade wenn du hier irgendwie sagst, du hättest dich gefunden und hast dich viel mit dir selbst beschäftigt, weil Emma, die hat halt auch noch kurz fast geweint, also man hat ja auch angesehen, das ist ihr wirklich nahe gegangen und dieses alles cool bei uns kam ja auch von ihr, also ich glaube, sie will da jetzt auch nicht, dass es scheiße ist zwischen denen. Die haben es auch ehrlich gesagt nicht richtig geklärt. Ich hoffe, dass es für sie jetzt trotzdem dann auch irgendwie vom Tisch ist. Sie sieht es, und das ist genau das Ding, jetzt sieht sie ja, ja, cool, er hat es ja doch gesagt. Und er sieht es jetzt auch und denkt sich, scheiße, das ist ja unangenehm. und es ist entweder, ja, scheiße, bin ich aufgeflogen oder, was habe ich auf der Kacke gesagt? Ja, weiß man nicht, mal gucken. ich bin ja eigentlich immer nicht so ein großer Fan, wenn man so auf einzelnen Aussagen rumschlachtet, wenn die Sachen so ins Rollen bringen, weil ich denke mal, ihr haltet euch wirklich auf, es bleibt ein Konkurrenzkampf. Ja. Alle gegen alle, wenn der Feuer legt, darf er das, er kann erzählen, was er will, wenn Stella, also kann er. Ja, er kann alles. Jeder kann alles und keiner muss irgendwas. Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie es anspricht, weil ich finde es auch nicht cool. Ich würde sagen, Digga, sag mir das. Es ist schwer auch, das anzusprechen. voll. Wenn du nicht, voll ist auch. Es war wenig Aussage dabei bei Stella, also mehr war es ja auch nicht, mehr kann sie gar nicht sagen, aber du hast ja nicht viel in der Hand. Ja, auch so dieses Jahr beim Date hast du wohl das und das gesagt, aber hat sie, nein, hat sie mir aber gerade gesagt, Stella hat es dir gesagt, wer soll es denn ihr sonst gesagt haben, wer war noch mit bei eurem Date? Die Pilotin. Ja, die Pilotin ist so schlimm. Die ist zu Emma. Lass es. Stella hat die kleine Kussmaus, Alter, watch this. Ja, Stella, ey. Also, dieser Vibe war halt wieder extrem da, wie bei unserem Einzeldate. Spürst du da jetzt was? Oh, das war es. Zwischen den beiden, Weil Lena zum Beispiel, weil ich spüre auch irgendwas zwischen den beiden. der gewinnt. Ja, okay. Und Lena hat gesagt, sie fühlt da irgendwie nicht so richtig was, was ich aber auch auf irgendeine Art verstehe. Aber ich finde, die sind halt beide so heftig Teenie-Vibe, was auch nicht schlimm ist, können sie gerne sein. Ich finde es ja auch fast ein bisschen süß, die zwei zusammen da zu sehen. Hätten die sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt, würde ich sagen, yes, go for it, ihr seid euch einig. Yes. Es geht ja immer darum, dass man eine Ebene findet und die haben die. Und die haben sie. Auf alle Fälle, das stimmt. Die haben die wie die Sau. Und Devin hatte auch ein bisschen schlechtes Gefühl, weil er meinte, ich hatte jetzt den ersten Kuss und jetzt sitze ich hier vier Tage und am Anfang bist du noch voll so geil, ich hatte den ersten Kuss, ich fühle mich gut, ich komme weiter. Und je mehr Dates vergehen, immer andere gehen zum Date und du halt nicht. Und vorher diese Sicherheit verschwindet halt irgendwann in Scheiße, vielleicht fand ich es doch kacke. Und deshalb war jetzt so wie, nochmal Kiss, nochmal Kiss. Und sie hat ja auch richtig vor der Nacht der Russen gesagt, und heute wird geknudt, ist mir scheißegal. Heute küsse ich alle, die ich will. Und ich finde es Bombola, Bombototototcha. Was da schon wieder los war. Und nächste Folge gibt es auch noch, es gibt nämlich eigentlich noch ein Beef zwischen Ferry und Martin. Deshalb habe ich das extra drin gelassen, am Anfang mit, so geil, heute machen. Ferry auch fährt die Hörner aus, ne? Und ich glaube, Ferry ist ja auch ein bisschen Hacke, zumindest sah das in der Vorschau irgendwie so aus. Dann gibt es noch irgendein Beef zwischen Luna und noch irgendwem, weil sie auch nochmal weint. Akku kommt, glaube ich, auch noch mit rein und sagt, ich kann sie nicht ertragen, wenn du weinst und Luna weint wegen dem Typen. Und dann gibt es noch Beef zwischen Musti und Erik, glaube ich, dass sie sagen, komm doch mal ran, ich muss hier gar nichts machen. Nee, du musst auch, du musst es machen. Nee, du musst nicht. Jetzt ist Schluss, ja. Alter, ich hoffe einfach, dass nächste Folge das alles kommt. Beef Culture. Und das nächste, die hat ja noch elf Leute, hat sie ja gesagt. Es ist in Folge 8. Nächste Folge, möchte ich, dass mindestens drei rausfließen, mir ist scheißegal. Wen siehst du im Finale? So, wir haben ja schon gesagt, Devin, du ja auch. Ich denke, ich kann mir vorstellen, für die Klicks, für die Quote nimmt sie eine Frau. Leyla? Nee, also entscheidet sie sich am Ende des Tages für eine Frau, naja, um halt die Geilste zu sein. Ich weiß, aber wer, welche denn? Meinst du nicht Leyla? Doch. Ja, würde ich auch sagen. Und Martin. Das wäre so dumm, aber irgendwas ist da ja wirklich. Irgendwas ist da ja. Wir würden auch gerne mal eure, einfach jetzt schon mal wild guesses in die Kommis rein, why not? Und bitte Leute, nicht spoilern. Also wenn doch, ich weiß, wir machen das gerne mal. Na und? Aber ihr müsst es ja nicht nachmachen. Ihr könnt ja einfach dann schreiben, Achtung, Spoiler, Enter, 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 Enter. Und dann schreibt da rein, wenn ihr euren Spoiler wisst, weil Lena wurde angeblich schon gespoilert. Check ich nicht, aber... Ja, da bin ich auf alle Fälle mal ganz gespannt, was sich da draus ergibt. Es ist ja wirklich auch nicht mehr lang, muss man an dieser Stelle sagen. Wir haben jetzt hier im Detail rumgekaut. Wie sau. Das gibt die Folge aber auch her. Die folgen alle für mich. Ich bin ganz gespannt, was ihr zu der Debatte sagt, die wir am Anfang auch gemacht haben. Yes, ich auch, ey. Weil es ist gar keine allgemeine Kritik. Also ich bin gar nicht sauer, dass das so passiert. Du hast ja selber auch gesagt, du guckst das gerne. Du freust dich ja drauf, das anzumachen. Und ob es, hätte es vielleicht überhaupt funktioniert, wäre die Bachelorette krasser als, krasser in der Präsenz. Wäre es denn überhaupt möglich, dort so viel, so einen diversen Cast zu haben? Kriegt man es unter einen Hut? Ich weiß es nicht so genau. Ruhig mal alle Gedanken dazu irgendwo rein, oder? Da wäre ich sehr interessiert. In die Kommibox. Ansonsten, wenn ihr das dann euren Riesenroman geschrieben habt, könnt ihr gleich noch ein Like da lassen und ein Follow, wenn ihr es noch nicht tut. Ihr könnt mir jetzt in die Kommis schreiben oder mir sagen, ich gebe es aber immer ein, ich gucke trotzdem jedes Video. Aber ich folge euch nicht. Quatsch. Bitte folgt uns doch einfach mal. Es macht ja nichts. Außer für uns macht es was Tolles. So Leute, dann wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche. Checkt auch alle anderen Videos ab, die die Woche kommen. Es sind ungefähr 15. Und bis dann.